Ja, das ist auf dem Weg zu Gabor Kolumba ans Büffeln, da war ich auf Recherche über die Schekler, das ist die ungarische Minderheit in Siebenbürgen und irgendwann hat er dann gesagt, wir müssen jetzt seine Büffel sehen und sind dann eineinhalb Stunden wirklich durchs letzte Hinterland gefahren, bis wir endlich bei seiner Farm waren, er mit dem Jeep voraus und mitten in den Bergen sind uns dann plötzlich diese Leute im Mittelalter-Kluft begegnet und Gabor hat uns dann erzählt, dass das so Typen sind, die also verkleidet mittelalterliche und mythische Szenen aus der Geschichte der Schekler nachspielen, also quasi die nationalistische Variante dieser ganzen Schwertkampf-Rollenspiele machen.